Darf ich Fernlicht auf der Autobahn anhaben? Auf Autobahn dürft ihr euer Fernlicht nur verwenden, wenn ihr dabei keine anderen Verkehrsteilnehmer von vorne oder hinten blendet. Geblendet wird der Gegenverkehr üblicherweise nicht, wenn der Mittelstreifen blickundurchlässig ist. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn dieser mit hohen Büschen bepflanzt ist. Dabei muss man aber immer den Einzelfall betrachten. Denn blendet ihr nicht rechtzeitig ab, wird dafür ein Verwarnungsgeld in Höhe von mindestens 20 Euro fällig und wenn ein Unfall passiert sogar 35 Euro. Das größere Problem ist dann aber eine Mitschuld am Unfall, die euch wesentlich teurer kommen kann.